Dankeschön. Ja, schön, dass Sie noch geblieben sind. Es ist toll, in so einer großen Halle zu reden. Ich war ja früher Musiker und habe auch manchmal in diesen Hallen gespielt, von daher kenne ich mich da gut aus. Vielleicht ganz am Anfang, was ist eigentlich ein Futurist? Keiner weiß genau, ich wusste nicht, was ein Futurist ist, bis ich einer geworden bin. Das ist halt so im modernen Leben sozusagen. Ich stelle keine Voraussagen an, sondern ich beobachte, das ist mein Job hier links. Das können Sie auch. Ich glaube, zu unserer erfolgreichen Bewältigung der Zukunft und Schaffung der Zukunft müssen alle besser zuhören lernen. Mein Job ist also Observation. In China sagt man, wenn ihr die Zukunft wissen wollt, fragt eure Kinder, weil die noch mit offenen Ohren rangehen. Ganz wichtiges Thema. Mein neues Buch, Technology vs. Humanity, ist gerade raus in einer Woche. Bestseller Nummer 1 auf Amazon in Humanities. Ich glaube, es gibt nur 5 Bücher in Humanities, aber auf alle Fälle können Sie es da auch anschauen oder auf der Webseite techvshuman.com. Ich habe ein Buch dabei, also wer gleich zuerst kommt, der kann auch ein Gratisbuch mitnehmen. Mein Twitter-Händler ist geleonhardt oder die deutschen Tweets auf der Futurist, falls Sie mir folgen wollen. Das ist die wichtigste Kurve des Tages. Exponentielle technologische Veränderung. Wir sind also an dem Punkt in dieser exponentiellen Kette, am Punkt 4. Der nächste Schritt ist 8, 16, 32. In 7 Jahren auf 128. 90 in 30 Mal auf über eine Milliarde. Das heißt, wir sind an dem Punkt, wo vieles, was früher Science Fiction war, jetzt Science Fact wird. Language Translation, Cloud Computing, künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Solarenergie, selbstfahrende Autos. Also Dinge, wo wir früher gesagt haben, oh, das ist Star Trek oder Blade Runner oder was weiß ich, was Ex-Maschine, ja, werden Realität, und zwar in unserem Zeitablauf. Nicht für unsere Kinder. Unsere Kinder, wenn sie so alt sind wie ich ungefähr, und sie haben Kinder, deren Kinder werden alle über 100 Jahre alt werden. Wegen Technologie. Es gibt bereits die erste Firma in Kalifornien, die sagt, dass sie das End of Dying machen will. Dass sie also die Gene ändern will, dass wir nie sterben müssen. Es ist kein Science Fiction. Human Longevity, Inc. Hört sich jetzt an wie Blade Runner oder sowas. Also man kann sagen, dass wir eigentlich an dieser Kurve ganz da oben sind, und eins, was wir nicht mehr machen können, ist Wait and See. Ich wohne in der Schweiz jetzt. Dort sind wir Experten beim Wait and See. In Deutschland sind wir eher so auf der gemischten Seite. Da sind wir schon etwas mehr nach vorne, aber wir vermeiden alles Risiko, was wir können in der Schweiz. Und ich sage immer auf Englisch, Wait and See means Wait to Die. Auf dieser exponentiellen Kurve können wir nicht mehr sagen, wir beobachten das und dann, wenn es echt ist. Wenn das die deutsche Automobilbranche vor fünf Jahren gemacht hätte, und hätte gesagt, wir denken nicht, dass selbstfahrende Autos und elektrische Autos hypothetisch sind, wären wir heute vielleicht woanders. Wir können auch nicht das Gegenteil machen, nämlich just do it. Wir können nicht alles das tun, was Technologie uns erlaubt zu tun, weil Technologie erlaubt uns jetzt eigentlich alles zu tun. Heute haben wir noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Gedanke, Gen-Manipulation um Krebs zu vermeiden, Supersoldaten heranzuzüchten. Zehn Jahre ist das Realität. Exponentiell. Wir müssen auch die Frage nach ethischen Grundsätzen stellen, nach dem, was es eigentlich soll. Die Frage warum ist wichtiger als die Frage wie. Das wird also immer ein größeres Thema bei uns. Der Sozialkontrakt, der wird total in Frage gestellt. Stellen Sie sich vor, wir werden alle 100 Jahre alt oder 120. Wer zahlt denn die Pension für 50 Jahre? Was machen Leute, wenn sie 95 sind und wenn man sagt, 70 is the new 50, vielleicht ist dann in 5 Jahren 80 is the new 40. Was machen wir dann? Unser Sozialkontrakt, unsere ganzen Beziehungen, über das, was wir machen. Wie man in der Musikbranche, wo ich herkomme, sehen konnte, und auch in der Buchbranche, wird alles, was früher analog war, wird digital. Alles, was früher physisch war, wird virtuell. Wie Marc Andreessen schon gesagt hat, 2011, Software is eating the world. Und das stimmt. Gut für Sie natürlich, weil Sie ein Softwarebusiness sind. Aber das bedeutet Transformation der Geschäftsmodelle. Wenn Sie heute Musikbusiness sind, dann können Sie keine Musik mehr verkaufen. Musik ist gratis. YouTube, Spotify, Sie kennen vielleicht Spotify, hoffe ich. Zahlen Sie 10 Euro im Monat für 18 Millionen Songs. Wie viel Euro ist das pro Song? Können Sie gar nicht mehr ausrechnen. Früher war es 25 Euro pro CD. Stellen Sie sich vor, Sie verkaufen jetzt Musik. Sagen, dann ist der per Unit Price von 1 Euro oder so, ist geschrumpft auf 0,000000 irgendwas. Können Sie nicht mehr verkaufen, müssen was anderes verkaufen. Und diese Transformation findet überall statt. Erst mit den Medien, financial services, manufacturing industry 4.0, pharma transport, bis zu government and energy. Wenn Sie also schauen wollen, was mit dem Banking- und Versicherungsbusiness passiert in der nahen Zukunft, müssen Sie nur schauen, was mit Musik und Medien passiert ist. Sowas guter als das schlechter. Natürlich der Vorteil ist, wenn Sie jetzt physische Dinge machen, wie Autos oder Stühle oder Solarreflektoren, dann kann man die natürlich nicht alles digitalisieren. Das ist ein bisschen einfacher als Musik, gibt es andere Herausforderungen. Hier ist ein kurzer Trailer, der zeigt, wie Science Fiction, Science Fact wird. Wir haben alle darüber gelesen, was mit automatischer Sprachprosetzung jetzt kommt. Aber in der nahen Zukunft ist es tatsächlich hier. Ich kam mit der Idee für einen Translator wenn ich eine French-Gerl habe. Das ist wirklich wo die Geschichte beginnt. Ich war auf vacation und ich hatte diese Frau. Es war schwierig für uns zu kommunizieren, weil sie nicht Englisch sehr gut sprechen. Und sogar wenn wir versuchen, zu finden eine Lösung, wie eine Translation-App zu kommunizieren, ist es horrible. Look, wenn Sie und ich sprechen, und unsere Telefonen sind in der Gesicht, wie das, forget es. Das ist ein WAL. Wir sind aus dieser real-worlden Interaktion. Aber das, in Ihren Eier, put es richtig zurück in es. Elodie, put this in your ear. Put it in your ear. Like that? Yeah. Okay. Can you hear me in French? You need to hear me in French. Yes! I need to hear my French. Sehen Sie so, finden auch Sie eine französische Freundin. Zu dieser Szene muss man sagen, das ist Waverly Labs Pilot, heißt das. muss man sagen, never mistake a short view, a good view for a short distance. Dass das wirklich funktioniert, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber dass es in die Nähe kommt, also ich habe neulich eine halbe Stunde mit einem Sushi-Chef in Japan durch eine App eine Unterhaltung gepflegt. Er auf Japanisch, ich auf Deutsch ging. In zwei Jahren ist das erledigt, das Thema. Callcenters, das sind 24 Millionen Leute, die in Callcenters arbeiten. In ein paar Jahren können wir das 95% reduzieren. Dann kann Software tatsächlich uns verstehen, auch wenn Sie Deutsch reden, mit ab und zu einem englischen Ausdruck. Nicht schweizerdeutsch oder finnisch, aber das schon. Was jetzt passiert, ist ganz klar, wie wir schon gesagt haben, vor 15 Jahren, Daten sind das neue Öl. Daten sind das, was die Welt bewegt. Die wichtigsten Dinge heute, das vor am meisten Energie und Finanz hinter steckt, sind Daten. Wenn wir uns das anschauen, das ist ganz klar, wir sehen also diesen Wandel von den alten Computersystemen, wo Sie alle schon auch dabei waren, damals vielleicht, Programmable Systems. Heute geht es um Cognitive Systems. Nicht nur IBM, sondern insgesamt. Computer, die denken. Jetzt dürfen wir auf keinen Fall das verwechseln mit denen, wie wir denken. Also Computer denken nicht, wie wir denken. Thinking Machines sind nicht Thinking People. Um wirklich zu denken, braucht man einen Körper, wie Daniel Kahnemann, der Nobelpreisträger, schon öfters gesagt hat. Wir denken mit dem Körper, nicht mit dem Gehirn. Das können Computer noch lange nicht. Aber wir sehen ganz klar, wohin es geht. Wenn Sie die Tabelle da sehen, die mächtigsten Firmen der Welt waren früher Erdohlfirmen und Banken und heute sind es Technologiefirmen, Datenfirmen, Alphabet, Google, natürlich Apple, Amazon, Microsoft. Und das steigt an. Das sind auch genau die Firmen, die natürlich jetzt verantwortlich sind für die Zukunft unserer Welt in gewisser Weise, genau wie es früher vielleicht die Erdohlfirmen waren. Brauchen die auch Regulierung? So wie die Erdohlfirmen. Ich weiß nicht, was Sie darüber denken. Wenn ich jetzt damit anfange, dann sind wir heute Abend noch hier. Aber ich denke, dass wir auch schauen müssen, dass eben Technologie auch verändert, wem wir vertrauen. Diese Umfrage von Statista hat gezeigt, Großteil der Leute in Indien und China und Brasilien würden ein Auto von einer Tech-Firma kaufen. Also Facebook, Baidu, Baidu, Alibaba, vielleicht Twitter-Car, was weiß ich, 124 Reifen, aber would consumers be willing to buy cars? Das ist in Deutschland natürlich ganz tief, dieser Prozentsatz. Aber trotzdem, da verändert sich das Vertrauen in Firmen. Dann kommen die ganzen neuen Interfaces hinzu. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, ich habe schon öfters Virtual Reality ausprobiert, Augmented Reality. Es ist noch sehr geeky und meistens mit einem schlecht dabei. Aber wir können davon ausgehen, wie das heute vorangeht mit den Technologien. In fünf Jahren ist das so normal wie heute WhatsApp. Da wird der Polizist und der Anwalt und der Arzt werden diese Displays aufhaben, wo sie quasi Superhuman damit werden. Das neue Normal. So wie wir aus diversen Science Fiction kennen, wo wir die Daten hineingreifen können. Wir sind vielleicht im Endeffekt die letzte Generation von nicht-augmentierten Menschen. Wir sitzen hier und haben unsere Handys, unsere Mobile Phones und diese Devices sind bereits heute unsere externen Gehirne. Sie speichern hier ihre Daten, ihre Finanzaffären, ihren Content, ihre Musik. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, sag mir die letzten zehn Telefonnummern, die wir gewählt haben, wüsste wahrscheinlich keiner. Das ist einfach hier drin jetzt. Und wenn wir uns was fragen und wenn wir in der Kneipe sitzen und sagen, was ist die Hauptstadt von Aserbaidschan, dann schauen wir das hier nach. Nicht hier. Und das kommt jetzt auf den nächsten Schritt jetzt, wenn wir das verbinden, direkt Brain-Computer-Interfaces, Augmented Reality, vielleicht sind wir dann wirklich die letzten Menschen, die wirklich ohne das leben. Da müssen wir drüber nachdenken, wenn Sie Kinder haben, glaube ich, ist das ein großes Thema. Inwieweit werden wir unser Gehirn optimieren? Wie weit sollten wir das tun? Technology, Humanity. In dieser Kette von Evolution gehen wir in diese eine Richtung jetzt. Ganz klar, die Frage wird sich für Sie stellen, jeden Tag, nicht unbedingt heute, die Frage ist heute schon da, aber nicht so stark. In der nahen Zukunft, wie weit werden Sie gehen? In dieser Mensch-Maschine-Konvergenz. Wenn Sie Ihr Gehirn direkt mit dem Internet verbinden könnten, das kann man bereits, kostet halt zwei Millionen Euro und braucht zwei Jahre Übung, also ist nicht für den alltäglichen Gebrauch gedacht. Aber Ray Kurzweil sagt, in zehn Jahren gibt es einen zweiten Neo-Kortex, der mich direkt mit dem Internet verbindet. Klingt wie Science Fiction, haben wir heute in gewisser Weise durch mobile Geräte. Wo ist die Grenze? Welche Richtung geht es? Durch diese ganzen Technologien werden wir in gewisser Weise, man sagt in Amerika, becoming as God. Wir werden Superhumans. Also Sie können davon ausgehen, in fünf Jahren haben wir einen Network Engineer, der so verknüpft ist mit einem Brain-Computer-Interface, der macht die Arbeit von 10.000 Leuten. Nicht nur die Frage, was da mit den Arbeitsplätzen passiert, oder mit der Marge der Firma, sondern auch überhaupt, was mit dem Prozess passiert. Man hat neulich ausgerechnet, wenn wir ganz New York alle Taxifahrer rausschmeißen und nur über Self-Driving Cars brauchen, dann brauchen wir nicht mehr 150.000 Taxis, sondern 9.600 Übers und die werden doppelt so schnell und halb so teuer. Und würden niemals stehen und keine Parkplätze wegnehmen. Hyper-Effizienz. Stichwort natürlich, in meinem Buch rede ich über die Megashifts. Das ist so ein bisschen der Future-Proof. Also wenn Sie die verstehen, sind Sie eher Future-Proof oder Future-Focused. Das sind so, mittlerweile sind es fast 20, aber die enden alle auf Asian, auf Englisch, deswegen habe ich das vorhin 10 Asians. Ich gehe jetzt nicht alle durch, weil das wäre halt wie in der Uni, jetzt, das wollen wir natürlich nicht tun. Sie können später die Slides runterladen bei meiner Webseite futuristgerd.com oder gerdleonhardt.de. Nur so als Überblick, glaube ich, zu 90% begeistern, diese neuen Dinge. Ich sage jetzt mal zum Beispiel das Stichwort Datafication. Dataficierung, vielleicht gibt es gar nicht auf Deutsch, aber erfinde ich jetzt einfach mal. Das bedeutet, dass das, was früher zwischen Menschen abgelaufen ist, also Text oder Sprache, wird jetzt zu Daten. Zum Beispiel den neuen Hiking-Schuh von REI in Amerika, den verknüpfen Sie mit dem Internet und dieser Wanderschuh, der sagt dann dem System, dass Sie in 20 Kilometern neue Schnürsenkel brauchen und schickt Ihnen automatisch die neuen Schuhe, wenn die abgelaufen sind, zum nächsten Standpunkt, wo Sie als nächstes hinwandern. Wollen wir das? Brauchen wir das? Alles wird intelligent, automatisiert, virtualisiert. Arbeitsplätze sind ein Riesenthema natürlich dabei, das ist ganz klar. Aber sicherlich auch, ich denke, das sind zum Großteil Gelegenheiten für uns. Momentan sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, es sind 90% Gelegenheiten, wenn wir das verstehen. Es ist interessant zu sehen, wie die deutsche Automobilbranche auf einmal wie eine Rakete senkrecht startet und sagt, wir können das auch, was die da drüben machen, Tesla und Google und natürlich Baidu und Alibaba und Toyota und General Motors. Und auf einmal ein Start-up werden. War ein super Artikel gestern, glaube ich, in Fortune Magazine, über General Electric, eine der ältesten Firmen der Welt, 210.000 Angestellte, die eine Strategie fahren wie ein Start-up. Also unglaublich zu sehen, wie das auf einmal doch geht, die Opportunities. Ganz sicherlich, in der Transformation ist eine grundlegende Regel, es ist erst ganz langsam und dann sehr schnell. Das ist schwer, sich vorzustellen, weil wir gehen immer linear vor. Wir sagen, oh, das war gestern nicht so, also wird es morgen vielleicht auch nicht so sein oder nur ein bisschen anders. Oder gestern hat es nicht geklappt, dann klappt es morgen auch nicht. Das ist natürlich vollkommen falsch hier. Wenn Sie in der automatischen Sprache keine 90% Erfolg haben, dann ist das nichts, das ist absolut unusable. Können Sie nicht brauchen. Wenn Sie aber 99,8 haben, sind Sie fast da, die letzten 0,2 sind der große Sprung. Exponentiell gesehen. Da müssen wir darauf achten, weil sonst verpassen wir diese Gelegenheiten, wie zum Beispiel Voice Control. Wir sind gerade in diesem wichtigen Punkt, wo unser ganzer Interface-Zugang, wie wir Technologie nutzen, weggeht von Websites oder Tippen oder Apps. Ich weiß nicht, ob Sie überhaupt noch Apps runterladen. Es ist ganz schwierig, Leute zu kriegen, dass wir noch Apps runterladen. Wir gehen von Website zu Apps und das Nächste sind Bots. Software-Programme, die wir mit unserer Stimme regieren. Ich habe es bereits öfters ausprobiert in diversen Labs. Hört sich auch an wie Science Fiction, aber Sie können sich auf die Couch setzen und sagen, spiel bitte House of Cards, Episode 4, wo er so erschießt. Und dann spielt das. Voice Control. Was das bedeutet für Logistik zum Beispiel, wenn Sie jetzt Amazon Fresh sind, die gerade was anliefern, das bedeutet, dass Sie alles das im Auto machen können. Durch Voice Control. Das ändert unser ganzes Zugang. Das ist zwei Jahre von der Realität entfernt. Wir tippen nicht mehr. Es gibt schon viele Leute, die sagen, wir werden vielleicht dann gar nicht mehr lernen zu schreiben. Das ist natürlich eine schlechte Idee, wenn man jetzt einiges über das Gehirn weiß. So wie es auch schon Leute gibt, die sagen, unsere Kinder müssen keine Sprachen mehr lernen. Das macht der Computer. Dann können Sie französische Unterhaltungen haben. Was weiß ich, was man sonst noch haben kann. Aber ganz langsam und erst sehr schnell ist jetzt der normale Alltag. Sie kennen das ja überall eigentlich, der Prozess von Digitalisierung, in Fabriken, in Parkhäusern, bei allen möglichen Varianten. Das ist überall im Zugang. Und da müssen wir uns überlegen, was bedeutet das für uns, was genau, welchen Sinn hat das, in welche Richtung geht das da. Und das ist das Hauptthema. die Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Die Überlappung zwischen den beiden. Es gibt Leute, die sagen, unsere Richtung, in die wir uns bewegen, unsere natürliche Revolution, ist eine Maschine zu werden. Machen Sie jetzt nicht. Das ist Silicon Valley pur. Our destination is to become machines, to merge with the machine. Ich glaube, da haben wir in Europa etwas anderen Ansatz dazu. Aber das ist eine Diskussion, die überall tobt. Schauen Sie sich mal an, wie viel Geld investiert wird in künstliche Intelligenz. Wenn Sie heute einen Job suchen, schauen Sie nicht weiter als Data Science, Artificial Intelligence und Neuroscience. haben Sie schon einen Job und zwar mehr, als der CEO verdient. Verdienen Sie dort. Alle Abgänger der deutschen Unis, aus der schweizerischen Unis, gehen entweder nach Silicon Valley oder nach China, um dort diese Themen zu machen. Oder vielleicht gehen Sie auch zu Frauenhof, weil das kann ja auch sein. Aber was wir dort sehen, ist ganz klar, das ist das neue Ding. Google zum Beispiel wird es in fünf Jahren nicht mehr geben, wenn es Google nicht gelingt, künstlich intelligent zu werden. Wir werden ja dann nicht mehr tippen. Das sind 2,6 Milliarden Dollar im Monat der Umsatz, dass wir auf Google gehen und sagen, bestes Sushi in Köln oder sowas. Gibt es das überhaupt? Aber auf alle Fälle da so reingehen. In der Zukunft macht es unser Intelligent Agent. Der bucht für uns die Flüge, der fixt das Netzwerk, der macht unseren Sales Report. Das ist alles um die Ecke. Das heißt, was wir jetzt sehen, was IBM als Cognitive Error bezeichnet, denkende Maschinen. Und ich denke, das ist kein furchterregender Gedanke. Das ist unsere Definitive Zukunft, unsere Hard Future, wenn wir sagen, in Amerika. Das ist so sicher, wie das Musik eben nicht mehr auf Plastik serviert wird. Ich weiß nicht, wenn Sie heute eine CD kaufen zu Weihnachten und geben das Ihren Kindern, dann rufen die den Therapeuten an. In fünf Jahren werden Computer mitdenken. Sie werden eine Million Mal die Processing Power haben von dem, was Maschinen heute haben. Und zwar Computer, die Sie kaufen können. Momentan hat unser Gehirn eine Processing Capability auf 10 Quadrillionen Processes per Second, Calculations per Second. Das können einige Computer schon erreichen. In zehn Jahren ist es so weit, dass ein Computer die gleiche Kapazität hat. Und zwar ein normaler Computer. In 2050 wird ein Computer existieren, der die Kapazität aller menschlichen Gehirn hat. Stellen Sie sich vor, was wir dann tun können damit. Da geht es um diese Themen. Also ich mache mal so ein bisschen so einen Breakdown von den Themen hier. Wichtiges Thema ist Intelligent Assistance, IA, nicht AI. Das ist momentan 95 Prozent aller interessanten Projekte. Logistik, Apps, Mail, Assistance, Scheduling. Damit können Sie hier und jetzt Geld verdienen und besseren Service erzeugen. Das passiert ja überall in allen Branchen, ob es jetzt Banking sind oder beim Automotive. Das nächste ist Artificial Intelligence. Google DeepMind, der gegen den World Champion in Go gewonnen hat, der hat die Regeln erfunden, der spielt. Der wurde sie nicht beigebracht. Google DeepMind hat nicht gelernt, wenn man Go spielt, der hat es beobachtet und seine eigenen Regeln aufgestellt. über dreieinhalb Trillionen possible Moves. Das ist die nächste Phase, die auch bereits im Gange ist, aber glaube ich auch noch im Früh. Was noch gar nicht das nächste ist, so muss man sagen können, das ist noch ziemlich weit weg Artificial General Intelligence. Computer, die das, was sie gelernt haben, in einer Sparte übertragen können. Und das nächste natürlich dann Artificial Super Intelligence. An dem Punkt wird es dann interessant, ja von eben der Frage, die wir eben hatten, wenn wir dann noch Kontrolle behalten wollen, müssen wir uns das überlegen, weil das ist genau das Thema, wie können wir das überhaupt verkraften, dass ein Computer einen EQ von 50.000 hat. Was tun wir dann? Was machen Sie als SAP User, wenn SAP eine Mobile Brain hat, eine Global Brain, mit einem kombinierten IQ von ein paar Millionen? Was kann da alles passieren? Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir doch mal nachdenken müssen. dieses Thema Super Intelligence. Dick Bostrom hat ein super Buch geschrieben, er sagt, das ist eigentlich an dem Punkt, wo ein Intellekt that is smarter than the best human brains in practically every field. Das ist der springende Punkt. Aber fürchten Sie nicht, das ist noch eine Weile weg. Momentan sind wir in ganz mondänen Themen unterwegs, nämlich Intelligent Assistance und vielleicht Artificial Intelligence. So wie diese Firma in Los Angeles, die gerade online gegangen ist, die heißt WIV, die baut einen Intelligent Assistance, das ist das Siri-Team von früher. Dort können Sie ganz komplizierte Fragen stellen und kriegen eine Antwort und kriegen das ausgeführt von diesem System. Die nennen das die Global Brain und der Subtitle ist Intelligence as Utility. Jetzt stellen Sie sich die Frage, wer war denn früher intelligent in Ihrer Arbeit? Das waren Sie. Wir waren intelligent früher. Computers are stupid. Computers, die machen das, was sie machen sollen, aber wirklich intelligent sind sie nicht. Sie müssen sich auf eine Zukunft einstellen, wo Computer wirklich intelligent sind. Also nicht emotionally intelligent, also nicht auf dem Level, wie wir intelligent sind, aber wo Computer Dinge tun, die wir nicht verstehen können. Und zwar viel besser und schneller als wir. Das ist das Hell-Wenn-Szenario. Hell-Wenn ist Hell und Heaven, also Himmel-Hölle. Die Himmel-Hölle im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man sagt, das könnte fantastisch sein oder das könnte total idiotisch sein. Das könnte George Orwell sein oder das könnte Nirvana sein. Weil das natürlich alles Riesen-Opportunities erzeugt, aber eben auch große Veränderungen in diesem Hell-Wenn-Szenario. Hätte ich vorher sagen sollen, das ist Google Allo, A-L-L-O, seit zwei Tagen online. Artificially intelligent messaging. Wenn Sie das ausprobieren, dann sagen Sie sich, braucht es überhaupt noch jemand anderes am anderen Ende der Message? Das ist einfach ein Bot, der mit mir vor und zurück geht. Und das sagt Google, das ist gut, dass es so ist. Das ist crazy, Sie müssen es ausprobieren. Das geht in eine ganz andere Richtung. Und dann ist eben auch die Frage, wenn dieses Allo, so wie viele andere, sorry, wenn dieses Allo das schafft, mir immer zuzuhören, weil das Mikrofon immer ohne ist, ist das eigentlich eine gute Sache? Hätten Sie gerne, dass Amazon und Google und Facebook in Ihrem Gehirn tauchen? Und alles, also wirklich alles, was Sie wissen, ich glaube, das sind Sachen, die Sie mal in Europa vielleicht ein bisschen anders sehen. Ich denke, in diesem Global Brains kommt mit mehr Macht auch mehr Verantwortung. Ich frage Sie als SAP-User und als Geeks, es sind doch einige Geeks im Publikum, kann ich schon eindeutig sehen, wer ist eigentlich verantwortlich dafür, was hier passiert? Datenschutz, Privatsphäre, Addiction, ja, das alles, was drumherum passiert, wer ist dafür verantwortlich? Die Technologiefirmen, die deutsche Regierung, wir selber? Und denken Sie, wir sind ganz am Anfang von dieser exponentiellen Kurve, wir sind auf 4 und in 7 Jahren sind wir auf 128. in 7 Jahren sind wir 30 Mal so weit wie heute. Da müssen wir uns ganz klar darüber im Klaren werden, dass wir Verantwortung erzeugen, dass wir darüber nachdenken, was passiert denn zum Beispiel, wenn die Anwälte ersetzt werden? Gibt es Anwälte in dieser Halle? Man ist wahrscheinlich schon alle unter den Stuhl gekrochen, aber Anwälte zum Beispiel sind dabei ersetzt zu werden, natürlich nicht alle, aber zum Beispiel Paralegals, Paralegals von Artificial Intelligence, die recherchieren, wie die Antwort auf diese Frage ist, ob wir gewinnen können oder nicht. Wir reden hier von 100 Trillionen Datensätzen weltweit, die eine Maschine wie IBM Watson oder Microsoft Connect oder wie auch immer durchgehen kann. Da können Sie auf einmal Legal Research machen, was früher eben 4 Wochen gedauert hat mit 40 Leuten, macht heute der Computer in 4 Minuten. Ist das gut oder schlecht? In Amerika gibt es bereits Computer, die aussuchen, wer auf der Jury sitzt, die angeblich besser und objektiver arbeiten. Was bedeutet das? Sie sehen schon in Bots Landscape, das explodiert, also wenn Sie vom Bots nicht wissen, dann haben Sie Ihr Must Look für heute schon auf Ihrer Agenda. Das ist ganz klar, da geht es hin, da geht es in eine dramatische Richtung. General Electric hat bereits ein System, das heißt Pre-DICS für Industrial Manufacturing, wo es genau um das geht, mich Prediction, vorauszusehen. Dieses Beispiel ist ein Amelia, das ist ein Intelligent Assistant, der in der Wolke lebt. Damit können Sie Ihre gesamte Front Office, Customer Service, Call Centers auf einen Intelligent Agent verschieben. Warum sind das eigentlich nie Männer, die das machen? Ich habe keine Ahnung, da müssen immer Frauen sein. Aber wenn Sie ganz klar sagen, das ist wahrscheinlich noch ziemlich früh heute, aber Sie sollten nicht den Fehler machen, zu sagen, weil es früh ist und nicht so perfekt ist, dass es in fünf Jahren nicht Standard ist. All diese Kurve geht so, die geht nicht linear. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben eigentlich zwei Dinge, die wir uns anschauen mussten. Das eine sind die Algorithmen, das was bestimmt, was Daten sind, objektive Fakten, und dann haben wir diese Rhythmen, ich nenne das die Androrhythmen, den Androrhythmus, ja die menschlichen Dinge. Intuition, Compassion, Storytelling, Creativity, diese ganzen Dinge, die Computer eigentlich nicht können. Also Sie können heute sehen, dass ein Computer im DeepMind gegen Go gewinnen kann, aber er kann nicht mit einem Zweijährigen reden, weil es noch unstructured ist. Das Problem wird gelöst werden natürlich in den nächsten paar Jahren, aber was passiert mit diesen zwei Dingen? Was wird wichtiger in der Zukunft? Wo geht das hin? Wenn Sie schauen, was mit Self-Driving-Cars passiert, Research hier, das kam gerade gestern raus, auch von Statista, die gesagt haben, warum Leute sich nicht für selbstfahrende Autos interessieren. Schauen Sie die Liste an, von ganz oben, da sehen Sie keine Fakten. I wouldn't feel safe. Okay. I want to be in control. Don't want the car to make mistakes. Driving is a pleasure. Sehen Sie da irgendwelche Fakten? Das sind individuelle Empfindungen. Natürlich vollkommen gerecht, weil es hat gar nichts mit Daten zu tun. Die Daten zeigen eindeutig, der Computer ist ein besserer Fahrer. End of story. Aber was bedeutet das für uns als Mensch? Werden wir das deswegen, besser machen? Wenn Sie die Relevanz von Daten zu Nicht-Daten anschauen, also Daten, alles was Algorithmen sind, Nicht-Daten sind menschliche Dinge, Beziehungen, Vertrauen, Gefühle, dann sieht es eigentlich so aus, heute haben wir in Realität vielleicht 5% unserer Realität wird bestimmt durch Daten. Es sieht eigentlich viel mehr aus, weil wir andauernd Daten anschauen, aber Entscheidungen werden getroffen auf ganz anderen Dingen, Verkaufsentscheidungen zum Beispiel, werden auf Beziehungen getroffen. auf Relevanz, auf Bedeutung, auf Vertrauen. Sie können kein Vertrauen mit einem Mausklick auslösen, genauso wie Sie nicht die Welt ändern, weil Sie ein Like auf Facebook machen. Das ist noch ganz klein heute, aber in der Zukunft wird das sicherlich steigen zu 15% und dann wird auch eben unser Andorhythmus, unsere menschlichen Dinge steigen, ganz weit in der Zukunft vielleicht 50%. wichtig ist eben die Ratio. Heute 1 zu 20, in der Zukunft 1 zu 5. Daten werden immer wichtiger, aber der Schritt, den wir sehen müssen, ist ganz klar, es müssen menschliche Beziehungen, menschliche Dinge auf den Daten basieren. Menschlichkeit auf Technologie, nicht andersrum. Das sind wichtige Themen, die wir in der Zukunft erörtern werden. also diese Idee, dass wir Technologie benutzen können, um eben ganz schnell was zu lernen, unser Brain uploaden, Dinge tun, die eigentlich nicht wirklich menschlich sind. Ich glaube, das ist eher eine Art von Reduktionismus. Also wenn eine Software kommt und sagt, ich verspreche Ihnen, mit dieser Software finden Sie Ihren idealen Partner, weil die alles analysiert um mich herum und dann meinen idealen Partner auch mit DNA-Analyse herbeibringt oder vielleicht printet in 3D, was weiß ich. Ich glaube, wir sind auf dem falschen Weg. Hier ist eine von diesen Apps. Sie kennen vielleicht Tinder. Das ist Timber, das ist die analoge Variante von Holzfällern. Ich weiß ja, ob Sie Tinder kennen, offensichtlich nicht, sonst würden Sie den Joke verstehen, aber für die, die Tinder kennen, lassen wir das mal so auf sich beruhen. Hier gibt es also ein neues Problem, diesen sogenannten Dataismus. Nicht zu wechseln mit Dadaismus. Datengläubigkeit. Wir stellen uns doch tatsächlich vor, dass die Daten, die wir haben, die einzige Realität sind. Das ist ja weit entfernt, von dem, wie es wirklich ist. Nehmen wir uns mal TripAdvisor. Wenn Sie nur da essen, wo TripAdvisor sagt, dass Sie essen sollen, dann sind Sie in deep trouble. TripAdvisor ist nützlich, aber es ist nicht die Realität. Es ist ein Teil der Realität. Deswegen ist es auch für uns wichtig zu wissen, dass Daten ein Teil der Realität sind, die der Computer sehen kann. Garbage in, garbage out, kennen Sie? Was genau bedeutet das eigentlich für uns für die Zukunft? Und ich habe ein neues Sprichwort angelehnt an Mark Andreessen, Software is cheating the world. Also Software, die uns dahin führt, dass wir in dieser Spanne auf einmal fragen, ja, ist das das Einzige, was noch zählt im Endeffekt, die Analyse der Software? Und ich würde sagen, das ist nicht so. Es wird immer wichtiger und ohne Technologie können wir ganz sicherlich da nicht bestehen, das ist ganz klar. Aber wohin geht die Reise? Gerade jetzt haben wir diesen berühmten Fotografen Nick Uth gesehen vor ein paar Tagen, der mit seinem Foto, was den Pulitzerpreis gewonnen hat, auf Facebook ausgesiebt wurde und geblockt wurde, weil ein nacktes Kind auf dem Foto ist. Das habe ich jetzt ausgeblendet, aber das ist eigentlich komplett, aber das ist natürlich ein Kriegsfoto, ein Pulitzerpreis gewinnendes Foto. Da wurde er von Facebook ausgeschlossen, weil keine nackten Kinder erlaubt sind. So blöd ist die Software. Das müssen Sie sich nicht mehr vorstellen. Und das ist die Software, die uns unsere News und Algorithmen heute bringt. Da sind wir noch weit entfernt von. Da müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht an den Punkt kommen, wo wir dann Cheating the World vor uns sehen. Also wie gesagt, diese Himmelhölle ist um uns herum, eine Konvergenz von Mensch und Maschine. Wenn Sie Kinder haben, werden die ganz dramatisch das erleben, auch in ihrem Lebenswandel, in dem was möglich wird. Und da müssen wir ganz klar schauen, in welche Richtung geht es. Geht es in die Richtung von Konvergenz oder verschwinden wir in der Technik? Und ich würde sagen, wir sind nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, okay, wir machen das nicht mehr mit oder wir steigen aus, dann können Sie ins Amish Country gehen oder in die Schweizer Berge und selbst da geht es nicht. Wir können nicht ohne Technologie leben. Und Technologie wird exponentiell schneller und bedeutsamer. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was jetzt hier eigentlich passiert, zum Beispiel mit Arbeit. Wenn Sie mein Alter sind ungefähr, wenn Sie darüber nachdenken, was kommt denn eigentlich in den nächsten fünf bis acht oder zehn Jahren noch, wenn auf einmal Maschinen das alles machen können. Jede Routinearbeit wird von Maschinen übernommen. Jede. Ob Sie jetzt Programmer sind oder ob Sie im Supermarkt den Checkout machen oder ob Sie Arzt sind, der Diagnose macht, wenn es Routine ist. Sie müssen einfach nur besser werden und in fünf bis sieben Jahren sind Sie das. Manche Telekom-Firmen, wie Sie vielleicht wissen, sind bereits dabei, Telekom-Operations als künstliche Intelligenz aufzusetzen. Da haben Sie jetzt 15.000 Leute, die das machen. In der Zukunft sind es 100 Leute, die mit Cloud Computing und tatsächlichen Roboten dann das tun. Das heißt, wir kommen also in Situationen, deswegen sage ich immer ganz gerne das Sprichwort von Albert Hubbard, der gesagt hat, one machine can do the work of 50 ordinary men, women, no machine can do the work of an extraordinary men, women. Wir müssen also besonders sein. Ich glaube, Sie sind ja besonders, deswegen sind Sie hier auf diesem Event. zeichnet Sie ja schon aus in Ihrer Besonderheit, aber wir müssen darüber nachdenken, was heißt es für uns, besonders zu sein? Heißt das besser zu sein als Maschinen? Die Antwort ist ganz klar, das können wir vollkommen vergessen. Wir werden niemals besser sein mit dem, was Maschinen jetzt schon können und in fünf Jahren oder zehn Jahren können. Wir können nur besser sein mit dem, was wir können, was Maschinen nicht können. Sehen Sie hier auf diesem Chart, sehen Sie bereits, was hier passiert? Non-Routine Work. Non-Routine Cognitive und Non-Routine Manual, zum Beispiel Schreiner, Elektriker. Die haben eine gute Zukunft, Therapeuten, Köcher. Aber alles, was Routine ist, da müssen wir drüber nachdenken, was das bedeutet. Denn, wie William Gibson gesagt hat, Technologie ist moralisch neutral, bis wir sie anwenden. Momentan ist das noch kein großes Thema oder manchmal schon, aber ich garantiere, in den nächsten fünf Jahren bringen wir ein dramatisches Wachstum an diesen Themen, wo wir sagen, ist das eigentlich richtig? Zum Beispiel die aktuelle Frage, ob ein Kampfroboter, eine Drohne, selber töten soll. Ohne menschliche Einflussnahme. Die einzigen zwei Staaten, die das wollen, Amerika und England, sind die, die das Gerät herstellen. in das Gerät. Das ist natürlich obvious, aber das sind Themen, wo wir sagen, okay, da brauchen wir das, müssen wir auf dem Radarschirm kriegen und überlegen, was eigentlich passiert da in den nächsten paar Jahren, wo es hingeht. Da müssen Sie sich fragen, wenn Sie im Software-Business arbeiten, sind Sie auf Team Human oder Team Machine? In gewisser Weise sind wir alle auf Team Technology, deswegen sind wir ja hier. Aber trotzdem müssen wir noch einen Punkt finden, wo wir sagen, was ist eigentlich wirklich wichtig in der Zukunft? Was bedeutet das für die Produkte, die wir kreieren? Machen wir das nur, um effizient zu sein oder machen wir das für Customer Happiness? Ich sage Ihnen heute, wenn Sie nur daran interessiert sind, eben durch Technologie effizient zu werden, das ist natürlich fantastisch und bringt die Marge hoch, aber es ist kein Business. Weil irgendwann sind wir alle effizient. Das kann ja Technologie für uns alle. Wir müssen darüber hinausgehen und darüber nachdenken, was für einen Wert wir bringen den Human inside. was bedeutet das für uns in der Zukunft? Gestern haben wir gehört, dass die großen Technologiefirmen bereits ein digitales Ethik-Board zusammenstellen. Also nicht mal die Frage, ob wir es tun oder ob wir es tun können, sondern warum. Warum sollten wir das tun? Dass es nicht mehr nice to have is. Business früher, sehen Sie links. Wenn Sie schon lange dabei sind, wissen Sie genau, wie das war damals. Alles fein säuberlich getrennt, Technology, Business, Humanity, Politics, Culture, alles auseinandergezogen. Und heute ist auf einmal alles ein Riesending. Alles, was Sie entscheiden, hat ethische Auswirkungen, hat Auswirkungen auf Arbeitslosigkeit, hat Auswirkungen auf die Gesellschaft. Das sind auch natürlich die neuen Opportunities, die hier entstehen. Also der Shift ist so ein bisschen weg von dem Thema, wie und wann machen wir das und ob das geht und was es kostet. Zum Thema warum und wer. Wer kontrolliert das eigentlich? Who is in charge? Wir wissen natürlich jetzt, wer in charge ist. Das sind natürlich 95% aller Technologiefirmen sind aus Silicon Valley. Und der Rest ist aus China vielleicht. Und ein paar aus Deutschland auch. Okay. Aber was genau können wir hier tun, um das richtig aufrechtzuerhalten in der Zukunft? Sollte Silicon Valley oder China wirklich Mission Control for Humanity sein? Das ist de facto so jetzt momentan. Die großen Entscheidungen werden eigentlich dort alle getroffen. Ob wir eine künstliche Intelligenz haben, die einen EQ von 50.000 hat in fünf Jahren, das wird nicht hier in Deutschland entschieden. Also wir müssen darüber nachdenken, was das bedeutet, wo es hingeht, wie wir da mitkommen oder auch nicht oder zurückstehen. die Herausforderung für uns ist ganz klar, vor allen Dingen, wenn Sie im Technologiebereich arbeiten, wir müssen sie nutzen, aber nicht überautorisieren. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Her kennen. Das ist ein Film, wo sich ein Schriftsteller in sein Operating-System verliebt, haben Sie vielleicht gesehen, und dann eine Beziehung entwickelt. Her, H-E-R, müssen Sie unbedingt anschauen. Wir autorisieren Technik eigentlich, Dinge zu tun, die wir noch gar nicht wirklich wissen, dass Sie es können. Dass wir sie überautorisieren, wie zum Beispiel Facebook. Facebook ist eine Art von feudalistischer Landlord geworden. Eine Pleasure Trap. die uns eigentlich kontrolliert, nicht andersrum. Also in Themen, die wir ganz klar sagen, okay, wir bauen Beziehungen mit unserem Bildschirm auf. Wenn Sie in Asien sind und Sie gehen essen, dann sehen Sie keinen Einzelnen, der mehr redet. Alle sind Beziehungen mit Bildschirmen. Auf keinen Fall wirklich vor Ort reden. Das ist, glaube ich, eine Zukunft, die wir vielleicht nicht unbedingt wollen. Stellen Sie sich die Frage in Ihrem Betrieb und auch mit dem, was Sie tun, in dieser Mensch-Maschine-Symbiose, was sollte nicht automatisiert werden? Und was sollte automatisiert werden? Zum Beispiel, ich bin dafür zu sagen, okay, Autofahren, okay, ich habe eigentlich genug Autos gefahren in meinem Leben. Ich kann darauf verzichten, wir können das komplett automatisieren. Ich weiß nicht, ob Sie der gleichen Meinung sind. Aber das ist kein menschliches Bedürfnis, kein Urbedürfnis. Sollte das Finden eines Partners eine medizinische Analyse, automatisiert werden, zu dem Punkt, wo die Maschine das tut? Das sind Fragen, die auf uns zukommen. Denn es ist eines ganz klar, Technologie ist exponentiell, aber wir nicht. Sie könnten auch sagen, Maschinen werden immer smarter und wir nicht. Das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache, nur ist es ganz eindeutig so, wir werden auch niemals exponentiell werden. Also, Sie können keinen Memory-Upgrade durchführen, natürlich wollen das einige Leute, dass man das kann, aber es ist noch eine Weile weg. Was bedeutet das für uns? Ganz klar, exponentielle Technologie, lineare Menschen. Im Business haben sie mit Menschen zu tun. Natürlich auch mit der exponentiellen Technologie. Wir müssen schauen, dass wir das über einen Kamm scheren, zum Beispiel mit diesen Dingen, Emotional Intelligence. Das ist Skill Nummer 1. World Economic Forum hat die Umfrage gemacht, schon seit mehreren Jahren. Das ist Skill Nummer 1, die Sie brauchen, um in der Zukunft erfolgreich zu sein. Emotionale Intelligenz. Das hat mit Emotionen zu tun, Gefühlen. Die gibt es auch bei der Technologie. Verhandeln, kreativ sein, Dinge erfinden. Purpose, also Grund. Was machen wir, wozu machen wir es? Und Kultur. Der einzige Erfolgsfaktor, den alle Internetfirmen und Plattformen gemeinsam haben, ist ihre Kultur. Das ist der springende Punkt bei dem, was wir tun. Kultur, Intelligence, Purpose. Und ich glaube, unsere Zukunft geht in diese Richtung, wo wir sagen, wir werden ganz sicherlich starke Algorithmen haben, künstliche Intelligenz. Wir brauchen aber auch starke Androrhythmen, starke menschliche Dinge. Vor allen Dingen eben Ethik, Werte, Balance, Kultur, Sozialkontrakte und so weiter und so fort. Und da sagt das schon damals Einstein, dass eigentlich Computers are incredibly fast, accurate and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate and brilliant. Together, they are powerful beyond imagination. Das hat er bereits schon vor langer Zeit gesagt. Ich glaube, da kommen wir jetzt hin, wie wir das genau ausgleiten sollen in der Zukunft. Eine Bottomline in meinem Buch sagt, Technologie umarmen, aber nicht Technologie werden. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Wir können Technologie nicht umarmen, nicht nicht umarmen. Technologie ist überall und sie wächst exponentiell. Aber wir sollten deswegen nicht Technologie werden und Dinge vergessen, wie zum Beispiel Privatsphäre, Geheimnisse, Zufälle, Fehler, Lügen. Stellen Sie sich vor, wir leben in einer Welt, wo alles so perfekt organisiert ist, dass wir eigentlich gar nichts mehr wirklich machen können. Ich glaube, das ist nicht so weit entfernt, wenn wir darüber nachdenken, was passiert. Ich komme auf David Bowie zurück, das war ja eben schon mal erwähnt, der gesagt hat, die Zukunft gehört denen, die sie kommen hören. Ich glaube, sie werden zukunftssicher, sobald sie mehr kommen hören. Denn der Prozess, das zu wissen, löst auch eben genau diese Transformation aus. Denn wir müssen eins im Kopf bewahren, Transformation ist nicht Innovation. Innovation ist Dinge besser zu machen, die bereits hier sind. Transformation ist Dinge zu tun, die noch nicht hier sind. Was Neues zu werden. Die deutschen Automobilfirmen werden zum Mobilitätsanbieter. Es ist so, als ob sie sagen, auf einmal entsteht ein ganz neues Monster hier, ein ganz neues Selbstverständnis. Die Plattenfirmen, die Record Labels, die früher Musik vertrieben haben, die werden jetzt zu Plattformen. Das ist wirklich die Transformation, die wir meinen, bei digitaler Transformation. Wenn Sie mein Buch kaufen, wissen Sie über alles Bescheid. von daher noch mal Technology vs. Humanity. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und gut, dass Sie lange dabei geblieben sind. Dankeschön. Applaus 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 Applaus